Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 11. August mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr zuhört. Eine Einschulung, wie sie früher einmal war. Rund 5800 Kinder sind bei uns in Essen heute das allererste Mal zur Schule gegangen. Und zum ersten Mal seit Corona gab es an vielen Schulen wieder richtige Einschulungsfeiern. An der Laurentius-Schule in Steele zum Beispiel durften die Kinder ihre komplette Familie mitbringen heute. Heute, zuletzt war ja meistens nicht mehr als Mama und Papa erlaubt. Trotzdem war auch heute an vielen Schulen noch ein bisschen Vorsicht in der Schultüte mit drin. An der Schule an der Rahmstraße in Altenessen zum Beispiel läuft die Einschulung an zwei Tagen, damit nicht zu viele Menschen auf einmal kommen. Die Kinder, die kommen, sind an sich eigentlich auch schon genug, denn rund 5800 Erstklässler sind so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr bei uns. Und weil in den nächsten Jahren noch mehr kommen, wird fast die Hälfte der Grundschulen bei uns in Essen deswegen schon oder bald ausgebaut. Heute hat aber jeder Erstklässler zumindest noch einen eigenen Stuhl bekommen und wir wünschen euch einen guten Start in die Schulzeit. Ein Haltestellenhäuschen wird zertrümmert, Werbetafeln zerstört, Mülleimer angezündet. Das Jahr 2021 hat in Altenessen mit der großen Silvesterrandale angefangen. Eine Gruppe Männer hat damals alles kurz und klein geschlagen und davon Handyvideos gemacht. Die sind dann auch durchs Netz gegangen. Schnell hat die Polizei in Altenessen damals Verdächtige festgenommen, aber angeklagt ist von denen bis heute keiner. Das liegt vor allem daran, dass die Männer auf den Videos nicht eindeutig zu erkennen sind. Ein erster Gutachter hat in diesem Punkt mittlerweile aufgegeben und jetzt kommt eine zweite Gutachterin ins Spiel und damit wird's auch ein bisschen abgedreht, denn sie will von den Verdächtigen Vergleichsvideos haben. Das heißt also, die Männer müssen demnächst zur Polizei gehen und werden dann dort gefilmt. Eine Art Chaoten-Casting, kann man sagen. Die Gutachterin will die Videos dann miteinander vergleichen und die Männer so möglicherweise überführen. Wie lange das dauert, ist unklar. Ohne das eindeutige Erkennen wird's auf jeden Fall keinen Prozess geben. Das ist relativ logisch. Über ein verwackeltes, dunkles Video, auf dem ein Angeklagter eventuell zu sehen sein könnte, würde jeder Verteidiger vermutlich lachen. Die Silvesterrandale von Altenessen sorgt damit weiter für sehr viel Arbeit. Wie viele Menschen leben in ihrer Wohnung? Was haben sie gelernt? Was arbeiten sie? Solche und ähnliche Fragen mussten in den letzten Monaten Tausende Essener beantworten beim Zensus oder Volkszählung, wie man früher ja mal gesagt hat. Knapp 6000 Adressen wurden bei uns in Essen angeschrieben. Die meisten in normalen Wohnungen, aber auch Menschen im Gefängnis in Rüttenscheid zum Beispiel mussten Fragen beantworten. Ja, sie mussten verweigern, darf man das nicht, haben einige trotzdem gemacht, sagt die Stadt. Die müssen jetzt 300 Euro zahlen und werden auch noch mal angeschrieben. Bei so vielen tausend Befragten kann man sich vorstellen, dass das ein riesiger Datenwust ist, der da rausgekommen ist. Deswegen gibt's Ergebnisse vom Zensus auch erst nächstes Jahr im November. Bund und Länder zählen auf diese Ergebnisse bei der Planung zum Beispiel für Plätze in Altenheimen oder an Unis. Ausrede des Jahres. Diesen Titel könnte sich ein 19-Jähriger bei uns in Essen jetzt schon gesichert haben. Der junge Mann war heute Nacht bei uns im Hauptbahnhof unterwegs. Die Polizei hat ihn überprüft und dabei ein Messer gefunden. Aber nicht irgendein Messer, sondern so einen richtigen Oschi mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge. Sowas hat man ja normalerweise jetzt nicht unbedingt in der Tasche. Die Polizisten haben natürlich gefragt, wofür er das braucht. Und er hat dann gesagt, dass er damit, Achtung, Obst schneiden will. Er hatte aber gar kein Obst dabei, sagt die Polizei. Und nachts um zwei gibt's am Hauptbahnhof jetzt auch nicht unbedingt Obst zu kaufen. Die Ausrede war also ziemlich Banane. Deswegen hat die Polizei dem jungen Mann das Messer abgenommen und ihm gleich noch eine marktfrische Anzeige geschrieben, wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Und deswegen hat Bundeskanzler Scholz heute bei seiner Sommerpressekonferenz weitere Entlastungen für die Menschen in Deutschland angekündigt. Richtig ins Detail ist er nicht gegangen, nur dass es auf jeden Fall ein weiteres Entlastungspaket geben soll. Gleichzeitig hat Scholz auch nochmal aufgezählt, wo wir schon überall entlastet werden. Vom Tankrabatt über den höheren Mindestlohn bis zum 9-Euro-Ticket. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen wird's genauso höchstsommerlich wie die letzten Tage bei uns in Essen. Sonne von morgens bis abends und 32 Grad. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt's bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Macht euch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei dem Piet. Bis zum nächsten Mal. ès